hallo liebe freunde da sind wir wieder zu einer neuen folge von let's play wir sehen hier einen langen gang und da hinten habe glaube ich eine oder ich mache mal das licht aus hier da war ja doch doch eine es ist ein zombie ja klar was soll sie sonst sein der ist tot halte es war das erschreckt mich du nimmer so sie dir auch das gleiche hier zum beispiel nachgott mal gucken Nein! Warte mal, warte mal, warte mal, ich war hier doch noch gar nicht, alter! Alter, fick dich doch, scheiß, die waren doch nicht, was habe ich? Eine Spritze, alter, leck mich doch fett. Boah, wo ist der, wo ist der? Shit! Boah, fuck! Äh, ja, ne? Kannst du vergessen, schaffe ich nicht. Ich habe nur eine Spritze, hallo? Ich habe nur eine Spritze. Hey, Frostbeule! Okay! Shit! Ach, fuck! Nein! Jetzt hänge ich da auch noch drinnen, ich leck mich doch! Was? Schauber, sag ich, sauber! Ach Gott, oh Gott! Ich weiß nicht, wie ich das mache, ich glaube, das schneide ich doch raus hier, ohne Witz. Alter, fick dich doch! Bye, bye, baby, baby, goodbye! Ey, Arschloch! Nein! Alter, alter Verwalter! Okay, schnell die Spritze reinrammeln! Und da nix wie weiter, Junge! Da-da-da-da-da-da-da! Hey, Arschi! In der Metzgerei! Mach jetzt! Sehr schön, einen haben wir schon mal. Fuck, schon wieder den Falschen erwischt du. Nein, tot. Nein, geht der Scheiß schon wieder los, ey. Was? Nein, jetzt komm ich die Arno, ey, leck mich doch. Alter, kannst du es vergessen. Wie denn, wie denn? Ach, liebe Freunde, ich glaub, ich mach hier mal einen Cut. Jetzt schon, ich weiß es nicht. Wie will ich den besiegen, bitteschön. Erstmal hier Licht anmachen. Dann die Muni wechseln. Und wir werden mal hier ordentlich... Warte mal... So, dat... Ne, 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 dat... Fuck, alter. Okay, du Penner. Geh, nehm ihr mit. Frage 1000. Ih, da ist er. Schnell, Muni wechseln, Alter. Okay, und wieder nachladen, Freunde der Sonne, Alter. Ah, freilich kommt er nochmal, der Trottel. Oh. Fuck. Oh, Manni. Kontrollpunkt. Hey, Kontrollpunkt. Hey, der hat den Kontrollpunkt vergessen. Was, das? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich befürchte nicht. Da ist gar nix. Alter. Oh, hätte ich doch fast das Gel hier vergessen. So. Fläschle Bier, machen wir das Seidle auf, oder? Okay, ich lasse es doch noch bei der Folge. Ich sollte jetzt Kettmann finden. Speicherpunkt, bitte. Ja. Boah. Jetzt muss ich mal ganz kurz durchatmen, liebe Freunde. Boah. Ich habe es echt gedacht, ne? Das war's. Ich habe wirklich gedacht, das war's jetzt. Alter Schwede. So, was haben wir denn da alles? Gar nix. Oh, aber hier geht's langsam raus wieder, ne? Und solche Gänge mag ich ja gar nicht bei Horrorspielen. Da regnet es immer noch. Yo. Boah. Und nochmal ein Gel. Okay, sehr schön. Zehntausend. Okay, wo geht's hier lang? Okay, hier geht's nirgends wo entlang, so wie es aussieht. Hier können wir nochmal hier. Ach, diese Kameraperspektive, geht mir auf den Nerven. So. Meine Freunde. Hier passiert da so gar nix, ne? How about her. Kann Leslie nach Hause? Mit dem Zug bis nach Hause? Nein, Leslie. Heute nicht. Du, beschützt du mich? Ja, das ist mein Job. Gut, gut, gut. Wenn ich nach Hause komme, werden sie sich wundern. Es ist nicht deine Schuld. Es tut mir leid. Halt! Du verstehst nicht. Du weißt nicht, was aus ihm wird. Oh doch. Ich hab's gesehen. Du verstehst nicht, was Rubeck eigentlich will. Dann sag's mir. Was will er denn? Er will Leslie. Dann geht es um sein kleines Forschungsprojekt? Verarsch mich nicht. Ich hab einen Auftrag. Er darf den Jungen nicht bekommen. Leslie ist der Einzige, den er... Ich hab ihn nicht vergetan. Fertig. Scheizen, überlebt. What? Das ging aber jetzt auch schnell. Was war das jetzt für eine Sequenz, liebe Freunde? Was nehmen wir? Was nehmen wir? Das nehmen wir hier. Alter, was war das für eine Sequenz? Das ist ja Wahnsinn. Machen wir nochmal. Komm, spielen wir noch ein wenig. Wir haben ja noch locker Zeit. Alter, nächstes Kapitel heißt Hintergedanken. Das vorletzte Kapitel, liebe Freunde. Sehr cool. Ist das geil. Es geht voran. Ich bin gespannt. Aber was war das für eine Videosequenz? Ziemlich cool. Und ich habe auch gewusst, dass Leslie, beziehungsweise dass Rubik, Leslie wollte. Und wir gucken mal da weiter. Ja, Kapitel 14, Hintergedanken. Ich wollte sagen, Rubik will Leslie haben. Machen wir doch das Licht leeren, du. So, erst mal hier ordentlich schluten. Komm, ich habe gesagt, da machen wir noch bis zum nächsten Kontrollpunkt, oder? In der Folge. So, können wir hier was holen? Ja, hier vielleicht. Alter. Ein Kinderautomaten hier, oder was? Entschuldigung. Nein. So. Oh, und hier wieder Laura. Und nochmal ein Gel. Versteckt hier. Ansonsten gab es hier nichts weiter, ne, zu looten. Hm, solche Gänge mag ich ja auch nicht, ne. Wow, geil, sehr schön. Wartet mal, wartet mal, wir machen hier mal, ne. Die nehmen wir, tun wir wieder hier hin. Ne, nachladen können wir nicht. Was ist das für ein Geräusch hier? So, Edzettler. Nochmal 300 bekommen. Da ist der Feuerlöscher. Kann ich damit was machen? Ne, ne, einfach nur rot. Warum? Weil er es kann. Edzettler. Jetzt kommt doch hier wieder die Sache ein wenig besser. Jetzt wird es doch langsam. Oh, und wie es aussieht, können wir hier wieder speichern. Ich gucke aber erst mal noch hier rein. Alter, ein Brammer. Ah, hat das jetzt lang gedauert, ey. Soll ich es wagen? Komm, ich wags, ne. Wow. Sehr schön. Ja, was geht denn, was geht denn? Kann ich hier noch was looten? Yo. Nochmal Werkzeug. Ja, ich denke, das werden wir noch alles brauchen hier. Und Streichhölzer, freilich. Weil ich ja so viel Streichhölzer brauche. Und ein Kartenfragment. Nummero 26. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Eine Stielhandgranate. Alles, her damit. Ja, dieser Raum hat sich doch wirklich gut gelohnt, ne? So, gehen wir also weiter. Ich habe ja hier einen Speicherpunkt gehört. Reißen wir mal auf die Tür. Oder? Ich habe doch einen gehört, ne? Doch, hier ist einer gut. Wir nehmen aber hier noch diese Dinge mit. Oder da war doch ein Gehle, genau hier. Nehmen wir doch dankend mit. Dann gehen wir nochmal hier rein. Aber bevor wir speichern, gucken wir doch hier, ob wir was looten können. Ach, ich gehe da doch nicht mehr hin in dieser Folge. Da warte ich noch. Da gehe ich doch lieber mal speichern. Da gehe ich doch lieber speichern, Freunde. Kommt hierzu hinter mir. Jawollah. Oh, nochmal ein Tagebuch, Eintracht. Ne, Notiz von Myra. Liegt es an dir zu beenden, was ich angefangen habe. Bitte, tu es für Lily und für mich. In ewiger Liebe, Myra. Alter. Warte mal, Kopie meiner Aufzeichnung. Ach so, das ist das alles? Also, ich habe auch übelst Gänsehaut, ne? Gehen wir mal hier durch. Sollten Sie nicht vielleicht Ihr grünes Gel benutzen? Ja, sollte ich, ne? Und zwar hier. Ich hole mir nochmal einen Schlüssel. Vielleicht bekommen wir dann nochmal ein bisschen Gel. Weißt du, wie ich mein, Schätzlichen? Tatjana. Ich kenne ja übrigens eine Tatjana. Aber die schaut überhaupt nicht aus wie sie, glaubens mir. So, in diesem Sinne. Wir haben den Schlüssel. Wir werden diesen Schlüssel auch nehmen. Jo, was ist drinnen? Gel, siehst du es? Und, wie viel? 5000. Jo, da geht was. Sehr schön. Gut. Machen wir das noch, ne? Hätte ich gesagt. Nehmen wir das Gel oder vielleicht gibt es noch hier. Ein Zeitungsartikel zu lesen. Jo, gibt es. Feuer im Büro. Büro mit Verbindung zu Auslandsgeheimdienst abgebrannt. Erste Festnahmen. Ein Gebäude des Sozialdienstes in der Gemeinde ist abgebrannt. Es besteht der Verdacht, dass die Einrichtung als Tarnung für den Auslandsgeheimdienst diente. Ich frage mich ja nur immer, ob das alles immer was mit mir zu tun hat. Und hier haben wir noch Ivan oder Ivan. Ivan vermisst. Ivan Diaz, der freie Journalist, kehrte von seinen Recherchen für einen Artikel nicht zurück. Seine Kamera und sein Notizbuch wurden in Al Griver gefunden. Ja, vielleicht ist der gute Mann einfach nur der Soffen. So, jetzt haben wir ja 15.000. Ich weiß nicht. Ich glaube, doch, da können wir doch ein bisschen was machen. Aber allzu große Sprünge auch nicht. So, sind wir wieder hier. Ja, ich zeige euch das auch immer, dass ihr auch wisst, was ich genau gemacht habe. Nahkampfschaden, Spritzenwirkung. Ne, das langt eigentlich. Oder? Wohl Lebensanzeige vielleicht. Ne, komm, gucken wir mal nach den Waffen. Magnum Schadensmultiplikator kostet 12.000. Alter, das ist mich verarschend. Reserve langt eigentlich vollkommen, was wir haben. Hier vielleicht noch ein, zwei Dinge. Blendbolzen, vier und halb. Der hat 10.000. Da könnte man doch eigentlich den Harpunenbolzen. Und den Blendbolzen. Könnten wir doch die beide nehmen, oder? Ich weiß nicht, was haben wir noch, was haben wir noch? Waffen, hm. Da vielleicht den Schadensmultiplikator. Oder bei der, oh, 16.000. Ich weiß nicht, ich möchte eigentlich schon ein bisschen investieren. Um ehrlich zu sein. Weil, wie ich ja gesagt, investieren wir in die Qualenbolzen, ne? Oder? Oder, oder, oder? Wenn ich wüsste, was ich fürs Finale bräuchte, ne? Den Blendbolzen brauche ich eigentlich so gut wie nie, ne? Entschuldigung, wenn es jetzt gerade ein bisschen dauert. Okay, maximale Sprintdauer. Ja, es langt eigentlich alles. Fitness brauche ich eigentlich gar nicht mehr, ne? Waffen. 12.000. Auch 12.000. Okay, ich werde die Magnum nicht mehr benutzen. Jetzt bis zum finalen Endgegner vielleicht. Hier haben wir doch Schadensmultiplikator. Ach komm, Junge, da warten wir noch, da warten wir. Ich möchte die Schutgarn, möchte ich hier ein bisschen noch. Liebe Freunde, das war's für diese Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen und fürs Einschalten. Und ja, wir sind weiter dabei. Es wird spannend. Ich habe schon gesehen, dass wir wieder überall solche Qualenbolzen teilen. Da schießt einer rum, wild um sich. In diesem Sinne war es eine sehr actionreiche Folge wieder. Und sehr spektakulär, wie ich finde. Und ich hoffe, es geht so weiter. Wir sind Kapitel... Sind wir jetzt schon Kapitel 13 oder 14? Ich glaube Kapitel 14, ne? In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal zu Let's Play. Der Evil wird in. Macht's gut. Ciao. Ciao.